Hallo Harun, wobei kann ich dir helfen? Ich weiß noch nicht, für welche Schule ich mich entscheiden soll. Was interessiert dich denn? Meine Eltern möchten, dass ich die HTL besuche, aber ich glaube nicht, dass das die beste Schule für mich ist. Genaues Arbeiten fällt mir schwer. Mathematik ist nicht mein Lieblingsfach. Ich habe zwar gute Noten, aber ich muss dafür wirklich hart arbeiten. Was tust du denn gern? Worin bist du besonders gut? Ich weiß noch nicht, was ich werden möchte. Ich mag Sport und bin gern unter Menschen. Im Team arbeiten macht mir Spaß. Sprachlich bin ich gut. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, sodass ich fließend Türkisch und Deutsch spreche. Und ich habe bereits Französisch gelernt. Das bereitet mir keine Schwierigkeit. Im Gegenteil. Die höhere Lehranstalt für Tourismus interessiert mich. Ich möchte unbedingt die Matura machen. Vielleicht studiere ich anschließend an der Universität. Wenn du dich an einer höheren Schule anmelden möchtest, musst du das Zeugnis mitnehmen. In den Unterrichtsfächern Deutsch, Englisch und Mathematik musst du sehr gute Noten haben. Du solltest dich auch rechtzeitig an mehreren Schulen anmelden. Die Plätze sind knapp. An jeder Schule gibt es einen Schulführer, in dem alle Schulen angeführt sind. Ich werde dir helfen. Danke für den Tipp. Was brauche ich bei der Anmeldung noch? Das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse und den Meldezettel. Komm doch vor der Anmeldung zu mir. Gemeinsam schauen wir die Unterlagen durch. Das ist nett. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne.